Hallo und willkommen zurück zu Universe at War. Die Novos reisen mit Quantenportal-Technologie durch die Galaxie. Obwohl sie sich damit schnell zu ihrem Ziel transportieren können, können sie nicht wieder direkt zurückkehren. Das Portal muss für den Weg zurück wieder neu aufgebaut werden. Mhm, das ist natürlich doof, ne? Mirabelle erhält zum Einsammeln der notwendigen Teile Hilfe von Vertigo, eine Lufteinheit, die auf Täuschungsmanöver spezialisiert ist. Die Hierarchie greift durch einen riesigen Läufer an, durch ihre riesigen Läufer, die Läufer lassen sich schnell besiegen, wenn bestimmte Waffenträger außer Gefecht gesetzt werden. Wäre natürlich hilfreich, wenn er steht welchen, ne? Oh, idyllisch. Erinnern, die Pfeife können überall woanders ausbrechen werden. Was ist die Situation, Vertigo? Oh, das ist nicht so. Die Sentient-Präsidenten sind in der Erechik-Base nur ein Moment vor. Was bedeutet das? Attempten. Die Kasselien sind projekte bei 85% Das ist nicht so. Das ist nicht so. Sie sterben, nicht wahr? Und nicht so. Okay, jetzt brauchen wir eine Basis von 0 auf. An, auf, okay. Oh. Naja, ist okay. Naja, wir haben Zeit. Denk ich mal, ne? Oh, sind die Türme getarnt? Das ist nicht so aus, ne? Na, hier fehlt Strom. Da ist das Teil. Ready for assembly. Hm. Jetzt haben wir noch eine zweite Wiederaufbereitungsanlage bauen. Under construction. Transporter für Portalteile der Novos ein. Ja, und hier oben wird's mal alle zusammenziehen. Sehr gut. Dann, was haben wir hier? Flugzeugmontage. Oh, okay. Under construction. Wartestange. Kommandantzentrale. Patchmodus. Oh, was haben wir hier? Strahlungsschild. Die primäre und sekundäre Computersystem für alle Novos Einheiten und Gebäuse mit elektromagnetischen Schäden versehen. Durch das Schaden von Strahlungsquellen um 50% verringert ist. Mhm. Die Verstärker. Blablabla. Verstärkt. Schaden durch Feuer um 50% verringern. Okay. Ein Konflikt? Oh. Kommt er näher. Naja. Muss er wohl sterben, da unten. Under construction. So, Korrupteur. Hilfreich gegen Infanterie-Gebäude. Meinen sich um einen fliegenden Kampf- und Ortungseinheit der Novos. Sie nutzen ein beeindruckendes Spektrum von Sensoren und Störungsausrüstung mit der getarnte Einheit und blablabla. Mhm. Könnte praktisch gegen... Moment. Ähm, praktisch gegen die Läufer sein, oder? So, hier. Jetzt soll ich davon mal ein paar bauen. Ihr sammelt euch da. Bajonett-Soldat. Wurden vom Stifler... Stifter geschaffen. Stifter, hm. Um mit den Unmenschen der Hierarchie sowie schweren Infanterie fertig zu werden. Sie sind auf schnelle, tödliche Nahe-Kampf-Angriffe programmiert. Können sich für kurze Zeit vermehren. Oh, okay. Naja. Machen wir erstmal hiervon ganz viele. Ihr seid mit euch auch alle da. Oh, aber die Große ist ganz schön schnell. Gut. Jetzt benutze deine Upload-Einheit, um es hier zurück zu bringen. Reportieren. Anwesendung. Moment, wir müssen mal gucken. Er kann jede beliebige Boden-Einheit in seinen Speicherbank hochladen. Okay. Das hier, Virenkontrolle. An der Einheit die Breite nach abgeschossen haben. Oh. Einheiten kontrollieren, ja. Oh, was ist das hier? Bajonett-Montage. Was kannst du mal haben. Das ist also quasi das Aufwerten, danach können wir die Bajonett-Soldaten bauen, okay. Ja. Sir, the second portal section is arriving near your current location. It is being highlighted for you. Haha, versorgt. Wieso riecht der hier rum? Na dann, brauchen wir mal ein paar Gemetsortaten, oder? Wir müssen uns retten. Ich kann nicht sehen bleiben. Aufloading confirmed. Downloading now. Naja. Upload-Downloader mal gesehen. Auf die bin ich gespannt, ob die wirklich was tauchen. Wir sind nicht bereit. Ich bin der Landverkehr. Und dieses Soldat verfügt über einen Naniten-Zwillingsbayonett, das ausschließlich auf hohen Ziel gerichtet werden kann. Er ist schnell, schwerer gepanzert, kann über Wasser gleiten und ist höchst effektiv gegen feindliche Infanterie sowie Leichtbauten. Mit seinen Fähigkeiten kann er sich produzieren und feindlichen dikt. Ja. Verdunkeln. Okay. Sehr motivierend. Das macht ja voll Sinn, dass du hier hoch und dann da und so gehst. Und so? Kannst du schnell einfach hochladen. Oh, ja. Ist okay. Ist okay. Einheiten platt machen, ist immer gut. So, Team 1. Uh, es sind ganz viele. Hey, warum macht ihr nicht hier? Ja. Ach so, auch nicht hier die Bayonett-Typis können das nicht. Wir defend NOVA. Let's be inhospitable. Robotische Infanterie bereit. Neue Area eröffnet. Konflikt eröffnet. Hm, warum benutzt ihr das? Oh, die sind ganz schön heftig. Warum benutze ich das Transportfeld nicht mehr? Computersystem. Verwaltungsmöglichkeit. Befehlungsmöglichkeit. Wollen wir mich verarschen? Wir können das doch auch, oder? Ach, ihr wolltet mich einfach nur verarschen. Okay. Na dann, weiß ich ja Bescheid, ihr Penner. Befehlungsmöglichkeit. 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 Vielleicht sollte ich hier mal ein bisschen aufräumen, oder? Ah, hier sind ganz viele Türme. Ah, was geschieht da? Ey, ich hoffe, es kaputt zu machen. Boah, der Penner hat's geklaut. Oh! 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 Oh, Bombs in die Zofiere. da sind sie machen wir uns sehr viel schade schade aber ihr müsst jetzt was weissen hier dann kraft sie mann wo das problem ist wir brauchen einheiten und ich möchte doch den hier noch mehr chance geben die machen ein bisschen schaden die greifen mich doch mal an ihr schweine ich gehe einfach hier ins wasser rein ach die können ja irgendetwas das wird der bogenschuss turm sein naja egal wir kriegen das schon hin ich brauche noch ein paar mehr von denen hier und die machen das dann schon das tun wir haben auch relativ viel einheit neu verloren ja irgendwie auch nicht gut ich würde sagen ist alles kaputt haben wir hier ein konstruktor der muss hier nur ein turm bauen unter konstruktion wie können wir uns servieren in der formation du hast eine ordnung okay eben geht es auch noch scheiße gut wir müssen uns merken bogenschusstürme sind scheiße ach da steht der eine da der andere er hat zwei bogenschusstürme die müssen wir erst das bleibt machen mein design sind impeccable wir defendel das ich schaffe in die koordinaten dann los kommt schneller der erste ist da okay ist auch schon einer oh wir machen schaden ja es gibt in die hose ich muss mich raten anziehungstürme sind gegen lufteinheiten attackfunktion offensiv sequenz initiiert und ja das geht in musik schade was bist du schade was bist du das machen da bin ich ja sehr weg gekommen hier ne alle tot ich würde sagen einfach ein paar mehr davon und dann noch ein paar mehr bei den netzer daten weise einfach auch noch viel mehr von euch halt immer alles viel mehr jeden kommenden konkurrenz einfach einheiten 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 das ist ja frech 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 aber egal sie kriegen es hin facility under attack ja ist egal und die beam hier halt die ganze zeit einheiten raus ok ja ist ok ist ok ja und die machte jetzt hier in ruhe fertig ne wo ist denn vertigo wo ist denn vertigo das wird natürlich zusammengreifen ich hoffe wenn der explodiert dass er nicht unsere einheit mit dem tot heißt aber wir werden sehen hohen ok frech frech ist open wie sieht's hier aus oh einheiten wird erreicht das ging ja schnell jetzt ich habe den fahrer gut er wartet da Hier kriegt er noch ein bisschen Verstärkung Und dann müsst ihr den hier machen Der hat auch zwei Bogentüren, so wie es aussieht Wie sieht es hier aus? So, während die da oben hingehen Ach, sie können nicht Abwala, sie können nicht abbrechen Wir können erst den Probenschuss-Turm platt machen Den anderen Und dann hat er Freihand Immer noch Kräftet den überhaupt Okay, erst hinüber Und man hier vorüber Vielleicht Versuchen wir mal Ob wir eben noch in die Basis da rein können Inevitable Ja, aber ihr macht den hier langfristig platt, alles gut Aber die Go kann schon mal hier den hier holen Oh Rückzug, rückzug, rückzug Damit konnte ja keiner rechnen, dass da noch einer steht Naja, aber der hier ist auch fast hinüber Naja, aber der hier ist auch fast hinüber Ach, das bleibt man Sehr gut Wie leiden die Wachs eigentlich hier liegen, ja, ne? Ähm, wo war'n der? Der war hier so, ne? Ja, dann muven wir aber quick. Äh, los. Ich schaff' das. Zack, jetzt den hier und dann könnt' er, ja, Feier machen. Und, dann download. Ja, kriegen Sinn. Okay, kein Problem. Angriff. Oh, nicht schlecht. Woher kommen die eigentlich, die nicht im Team sind? Die letzte Sektion ist inbound. Tracking its location now. Location confirmed. Highlighting it for you now. Move out, Vertigo. The hierarchy know we're here and they're likely on their way to the last piece. Der Leader is under fire. Konflikt detected. Ja, ja, der Leader macht das schon. Oh, sind das viele? Hab das bald hier? Ne. Ich trau mich, zieh doch nicht mehr zurück. Konflikt detected. Sollen sie alle hier mit? Ah, mit Mirabelle kämpfen. Ist doch egal. Die macht das schon, ne. Vertigo, hi. Immer rufladen. Der Leader ist unter fire. Konflikt detected. Systemverlust detected. Zack. We defend Nova. The enemy formation. The leader is under fire. Indevitable. Charging to coordinates. A leader is under fire. Ja, ja. Was ist das denn eigentlich? Bajonnetzer hat Ausfallbombe. Achso. Macht nur Nebel ist, kriege es. Das brauchen wir nicht unbedingt. We need to locate. Oah, die sind so heftig hier, die Speierkümer. Oah, das kostet doch mal die ganze Armee. Naja. Naja, bauen wir halt neu, ne? Oh, das ist ja praktisch. Das wusste ich nicht, dass wir denn die nah dran sind. Ähm, dass die dann, ja, wie sagt man, nicht schießen können. Oh, hier ist eine Mähdrohne, die machen wir schnell weg. Also diese Gruppen, die sind zwar nicht so cool, aber... In Masse machen die ganz gut Schaden. Oh, Anziehungstürme, hab ich mir gedacht. Die sind scheiße. Los, ran da. Zack, weg ist er. Ja, gut, die Anziehungstürme, die halten ja gar nichts aus. Wahrscheinlich können sie auch die Tarnung von Vertigo umgehen, ne? So ist er. Sie aushebeln. Ja, bis der hier oben ist. Blades aktiv. Medi, es ist nice and nice. Ich werde hier oben noch irgendwas. Ich werde hier oben noch irgendwas. Oh, da ist ja eine richtige Basis sogar. Na dann, mach die auch mal weg. Vor allem diesen Glüfenlaser hier. Nur ein Lied, was ist das so? Übergreifen muss er an. Um an Schaden. Naja. Konflikt detekted. Ja. Komm, holen wir noch ein paar von denen hier. Oh, ihr schafft das aber hier, oder? Naja, egal. Hier haben wir das letzte Stück. Mehr brauchen wir nicht, ne? Genau, wir müssen abgeschlossen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nichts ist ever easy with you, is it? I am a product of the war I must fight. It is the curse of being a machine. No, it's the curse of being a soldier. Ja, das war die Mission. Wir haben eine Portalteilte bekommen. Wir können ja nach Hause früher, später. Also denn, vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.